Ich bräuchte drei Skier von Ihnen mit Bindung, mit Bindung und Stöck. Drei Beine? Ja, ich habe drei Beine, aber das ist nicht schlimm, das ist ganz prima eigentlich. Das verstehst du mal, wo ich einen mit drei Beinen sehe. Das kann ich mir vorstellen, ja. Aber es hat sehr viele Vorteile, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich möchte gar nicht mehr zwei haben. Ich bin so geboren, ich finde das prima, ich habe einen sehr guten Stand im Skilaufen, schauen Sie, das geht, wunderbar. Wenn ich Auto fahre, das können Sie nicht, ich habe einen Fuß auf dem Gas, einen auf der Bremse, einen auf der Kupplung. Und jetzt? Drei Skier. Drei, wenn es geht, ja. Und die vierte Reserve nehmen Sie auf Reserve oder so weiter? Nein, ich brauche wirklich nur drei. Nehmen Sie Platz, ne? Gut, gerne. Ist egal welche, also einfach schöne Skier. Schöne Skier, nicht zu hart. Sie werden sich vielleicht gewundert haben, dass Sie jemanden sehen mit drei Beinen, aber denken Sie mal dran, früher, da gab es die Frau ohne Unterleib, ne? Ja. Und heute gibt es ihn mal mit drei Beinen, doch ganz verständlich. Nicht Schlimmes. Und für die Preise, was machen wir jetzt? 800 Franken. Oh, was kostet denn das Paar alleine? 4, 4,90 oder so weiter, nicht jetzt genau. Ja, gefallen tun Sie mir. Was wollen Sie haben? So, ein Paar kostet jetzt 400. Zwei Paar sind 800. Na ja, aber ich brauche nicht zwei Paar. Ich möchte nur den alleine. Ja, das machen wir den vierten. Das ist egal, hauptsache ich kann heute noch fahren, weil ich finde das toll, wenn man da fahren kann. Ja, das ist das erste Mal, dann mit drei Beinen und so weg, ne? Machen wir okay. 500 Franken in ein paar Stöcke. 500 Franken? Okay, machen wir. Machen wir. Hinter diesem Skifahrer verbirgt sich Artfuhrer, der versucht mit drei Beinen die Abfahrtspiste zu bewältigen. Das ist egal, wenn wir die Abfahrtspiste zu bewältigen. Die Abfahrtspiste, die Abfahrtspiste. Die Abfahrtspiste, die Abfahrtspiste, die Abfahrtspiste, die Abfahrt mit drei Beinen die League, die Abfahrtspiste zu bewältigen. So, das ist natürlich auch ein paar Mal so weiter, wenn wir das Musik wieder haben.